Hallo meine Lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Bottle Stories Mail. Heute mal pünktlich... NEIN! Nein! Oh Mann. In der Zeit war das Wirring manchmal ein bisschen anders. Versuch mal etwas Maschinerie auf. Schau, ob das auch die Türen entlockt. Mein Quby. Wow, das hat tatsächlich funktioniert. Ich meine, großartig! Die letzte Woche ist lang. Können wir nicht durch unsere Wohnung einmal, ohne zu schlafen oder zu schlafen? Nein. Ich versuche wieder etwas Wasser oder etwas zu finden. Puh. Ja, also die Folge gestern kam ja irgendwie zwei Stunden oder so zu spät. Das tat mir halt schon richtig leid. Ich wollte auch niemals, dass diese Folge so spät ankommt erst. Dass es so spät erst online kommt. Aber ich habe das halt nicht rechtzeitiger geschafft. Also... Da ist Wasser. Alright. Ha. Irgendwo dahin. Kann ich hier irgendwie wieder runter? Hä? Ah. Da. Hm. Einfach gehen. Einfach gehen. Ja. Bin ich auch der Meinung. Okay. Okay. Das macht die blaue Farbe an. Alles klar. Komme ich erstmal nicht lang. Ah, Moment. Ähm. Haha. Geil. Das hat funktioniert schon mal. Das kennen wir ja noch aus Portal 2. Diesen Trick, sag ich jetzt mal. Hier können wir die orangene Farbe anmachen. Sehr geil. So, dann brauchen wir jetzt das. Und das. Denk ich jetzt einfach mal. Und dann. Ja. Irgendwie nach da oben. Moment. Aha. So. Und jetzt. Hyhhh. Easy. Nein. So eine Tür werden wir niemals im Leben aufbekommen. Niemals. Wir sind zu spach. Es zeigt, dass zumindest zwei Leute brauchten, um die Voltage zu aktivieren. Du bist eine Person. Es ist ein bisschen ein Problem da. Ich hoffe, dass wir uns herausfinden können. Ja, und jetzt? Oh. Welche Luke eigentlich? Oh. Die Luke. Du bist besser als ich dachte. Nicht ein Geist wie ich. Aber trotzdem. Geh den Elevator hin zu mir. Ich bin in der Schraubladung, nur außerhalb des Hatches. Es ist endlich Zeit für mich, meine Hand zu retten. Ob der noch weiter runtergegangen wäre? Ich weiß es nicht. Egal. Wir haben es geschafft, Leute. Wir treffen Virgil. Hieß er so? Ich glaube, er hieß so. Wo ist er? Ich will ihn sehen. Ich will mit ihm reden. Wir haben einen kurzen Weg nach dem neuen Enrichment Center von hier. Wir treffen uns kurz. Und... Good News. Wir werden nicht mehr Gedanken über die Gou. Egal. Ich werde die Hatchen und wir nicht mehr Gedanken über das. Das ist definitiv ein Plus. Was? Yeah. Okay. Okay. Was ist das? Ah. Woher kommen mir diese Portale bekannt vor? Ist das aus Portal 2 oder bin ich jetzt einfach nur... Das ist aus Portal 2 oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Oh. Okay. So. Ich versuche gar keine Easter Eggs zu finden oder so Ich will eigentlich nur das Spiel spielen Okay, das geht schon mal Ja, würde ich sagen Ne, von hier aus geht es nicht wieder Ah Zack Alter Wo sind wir hier? What? Wo sind wir hier? What? Hm Okay, muss ich da oben rufen Äh Äh, so Wow Im Springen bin ich Profi Moment, ich muss mal So Komme ich jetzt auch besser raus, ne? Ne, ich muss immer noch in die falsche Richtung Hä? Ah, okay Ah, okay Hallo Was ist hier denn? Hey Hey Over here I'm right over here Hey Mel Nice to finally see you It's kind of dark here though You should turn the power on So we can get the lights working There's more offices on the other side of the double doors Check there Turn the power on first Then pick me up What? Ich bin ein wenig verwirrt Ich kann hier durch, klar Hm Okay 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 Lights Check Camera Check Action Hopefully not Detecting power surge Sub-basement station Plenty 6 Right level Orrente Äh, ich hab hier so ein kleines Problem. Uh! Uh, yes! Äh, da la. Hey! Very cold. My motherboard was almost going critical. Alright, I know what you're thinking. Hey, Mr. Virgil Gorgai! How were you able to control everything and see everything in the old testing facility? Well, one simple answer. Wi-Fi. Fully Wi-Fi capable. Anyway, take me over to the elevator control room. There's a management rail I can use to get back up to the enrichment center. Oh, and I, um, can also get an elevator for you. Oookay. Eh. Huh. Ah, much better. Gets me back on track again. Let me go back here and, uh, get your elevator so we can get out of here. Yes. This should help. Th-That wasn't me. I think. Detecting security override at sub-basement 26. Generator override command initiated. Uh, override generator override command. Error. Error. Scanning for lifeforms. Error. Unregistered lifeforms detected in facility. Commencing termination program. Three targets acquired. One organic. Two mechanical. Well, at least I can get you out of here now. We'll worry about that voice on the intercom later. I'll meet you upstairs. What? Eh. Drei Lebensformen? Wer ist die dritte? Also die zweite mechanische? Es wäre schon gut zu wissen. Ein bisschen. Vielleicht. Möglicherweise. Doch, doch. Ja, doch. Ich liebe Ladebildschirme, Leute. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Der Elevator, der nicht ging auf meine Testung, also habe ich die Lade zurückgelebt. Glücklich für dich, es ist nicht zu weit entfernt. Diese Dinge können immer noch lange dauern. Und es gibt keine magazines zu lesen. So, und warte. Willkommen zu meinem Testung. Es ist nicht die beste-looking Sache im Weltall, aber es wird so. Ich kann, wenn ich diese Tür öffnen, und wir uns aus hier. Okay, sorry. Ich kann nicht helfen mit dem Testung. All Apture-Science AIs haben sich nicht zu helfen mit dem Testung. Ich kann, aber, testen zu sehen, ob alles funktioniert. Es ist schon lange, seit ich aus dem Management-Rail und in die Pit. So, vielleicht habe ich ein paar Sachen verloren in meinem Absatz. Checking die Funnel. Working. Fizzler. Changing over. And... Toxic Goo Drainage Pipe. Eaten away by Toxic Grossive Goo. Oh. Lovely. Uh, that's not important. You can do this test just fine. I-I hope. She couldn't even open a locked door. Ha! Okay. So, Moment. Oh nein, ich muss den... Oh. So da, da so hin irgendwie, ne? Ach, Moment. Ich brauche noch einen Cue. Ach, Moment. So. Okay. Okay. Erstmal mit rüber nehmen. Moment. 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 So. So. Äh. So Genau Ui Das macht nur dies hier weg Leute, ich bin gerade ein wenig verwirrt Ich muss den QP rüberbringen Ne, warte Doch klar, muss ich Damit ich ja hier Den hier rauflegen kann Moment Hä Leute, bin ich jetzt Ich bin Ähm Wie kriege ich denn den Q? Was ist denn? Welcher Höhe ist das denn? Der da oben Oh Oh Moment Wenn ich jetzt Hä, ich bin Komplett verwirrt Was? Ich geh nochmal rüber Wenn ich jetzt hier drüben bin Ich muss den ja irgendwie da oben rüberbringen Okay, was bringt mir das hier denn? Wenn ich den hier drauf hab Und jetzt noch Da hin Den jetzt hier so hinlege Eigentlich nur so Ich muss jetzt mal wieder zurück Den muss ich jetzt Dorthin legen Irgendwie Warte mal Das macht ja auch keinen Sinn Wenn ich jetzt also Hier ein Portal Hier eins hin mache Nee, das ist ja auch dumm Das bringt mir auch nichts Aber der Part wäre jetzt auch vorbei, Leute Eigentlich Warum kann ich denn hier ein Portal hin machen? Jetzt bringt der den Cube da hinten hin Ja, das bringt mir den Cube nach hier Ich muss den irgendwie da oben rüberbringen, oder? Aber da war mich ja auch nichts hoch genug Ich bin verwirrt, Leute Nee, das ist nicht hoch genug Aber ich hab ja auch nichts anderes, ne? Keinen anderen Cube oder so Den ich hier rauflegen kann Nö Kein Plan, Leute Okay Ich hoffe, es hat euch gefallen Wir sehen uns Ähm Ja, im nächsten Mal wieder Bei das Nächste Mal wieder Bis dahin Habe ich hoffentlich Dies Rätselslösung Ja Haut Da rein In Ja